Machen wir eigentlich was zum neuen Jahr? Keine Ahnung. Ja. Dann müssen wir irgendwas machen. Das ist die erste Sendung im neuen Jahr. Na, vielleicht begrüßen wir die Zuschauer mal mit einem fröhlichen neuen Jahr. Und wünschen wir uns gut, also fröhlich. Okay, viel Gesundheit, viel Glück und alles andere auch. Okay. Gut. Wir sind zu Hause. Ja! Schaut mal. Oh nein. Das gibt's doch nicht. Pöni TV Hallo zusammen, hier ist Hans-Ulrich Pöni Pönack mit Pöni TV. Unser Film in dieser Woche. Ben is back. Mom. Mom, nein, bleib hier. Das gibt's doch nicht, ich glaub's nicht. Hi, Mom. Was will Ben hier? In der Patchwork-Family Burns herrscht kurz vor Weihnachten eine ausgelassene Stimmung. Bis eben Ben auftaucht, der 19-jährige Sohn, der sich seit 77 Tagen in einer Entzugsklinik befindet, um von der Drogensucht wegzukommen. Für 24 Stunden hat er frei bekommen und stellt den harmonischen Familienverbund für eine harte, eigentlich nicht gewollte Probe. Ich finde, er hat zugenommen. Und seine Augen leuchten sogar wieder. Es geht ihm eindeutig besser. Ja? Aber warum versteckst du dann alles? Ben blickt mit seinen erst 19 Jahren auf eine fürchterliche Drogenzeit zurück. Hat dabei unendlich viel Mist gebaut und große Schäden angerichtet. Die Skepsis ihm gegenüber ist groß. Nur seine Mutter ist bereit, ihm erneut zu helfen. Du kannst hierbleiben, aber du bleibst die ganze Zeit clean, bis wir dich morgen wieder zurückbringen. Ja, okay. Du wirst mir keinen Augenblick von der Seite weichen. Denn in den nächsten 24 Stunden entscheide nur ich ganz allein. Verstanden? Ja, verstanden. Doch dann gerät der kurze Aufenthalt des Jungen außer Kontrolle. Oh Gott! Ich habe meine Familie in Gefahr gebracht. Das ist alles deine Schuld. Wenn ich nichts unternehme, könnte es noch viel schlimmer werden. Holly Burns ist dennoch nicht bereit, ihren Sohn aufzugeben. Kämpft wie eine Löwenmutter um ihn, obwohl die Zustände immer bedrohlicher werden und aussichtslos erscheinen. Du musst nach Hause fahren. Wenn du mich wirklich kennen würdest, wärst du mit mir fertig. Ich kenne dich, ich kenne dich genau. Du irrst dich, Mom. Du kennst mich nicht. Ben is Back ist ein packendes, aufwühlendes Drama mit zwei überragenden Schauspielern an der Rampe. Oscar-Preisträgerin Julia Roberts als Holly Burns will ihr Kind nicht im Stich lassen und entwickelt eine explosive Dynamitseele. Und Lucas Hedges, der Sohn des Regisseurs dieses beeindruckenden Films Peter Hedges, liefert eine unglaublich dichte Tour de Force Anstrengung ab. Wer überragendes, unter die Haut gehendes Schauspieler-Spannungskino mag, ist hier richtig. Alles, was ich will, ist, dass du mir noch einen winzigen Gefallen tust. Ich suche meinen Sohn. Es stimmt doch irgendwas nicht. Du musst nach Hause kommen. Nicht ohne Ben. 4,5 Pönis für Ben is Back, ein Vollpfund des brillanten Niveau-Kinos. Weiterhin laufen in dieser Woche neu im Kino an Robin Hood in einer Art moderner Hip-Hop-Historien-Version à la MTV-Trailer, überschnell, hektisch, barbarisch, schlecht gezimmert und getypt, ein halben Pöni. Das Mädchen, das lesen konnte. Französisch ist eine Astenperle um ein Dorf, in dem nur Frauen leben, weil die Männer von Napoleons Schaden verschleppt wurden. Dann aber tocht ein Mann auf und soll für den Bestand der Gemeinschaft sorgen. 4 Pönis. Sowie kalte Füße. Eine dumme, primitive deutsch-österreichische Verwechslungskomödie um Schwachmaten, die sich in einer eingeschneiten Villa versammeln, die eigentlich ausgeraubt werden soll. Null Pönis für totalen Unfug. Ausführliche Textkritiken zu diesen, aber auch zu rund 4.500 weiteren Filmen stehen auf meiner Webseite www.pönag.de und dort gibt es auch Infos zu meinen weiteren Aktivitäten wie dem Pöni-Blog und dem wöchentlichen Podcast Pönis Kinowoche. In der kommenden Woche starten gleich 16 neue Kinofilme, welcher unser ist, steht derzeit noch nicht fest. Schauen wir mal. Du Pöni, ich bin so mörderisch aufgeregt, das Kinojahr 2019 wird famos. Auf welchen Film freust du dich denn am meisten? Da ich ja vorher am liebsten nichts wissen will, kann ich mich auf nichts besonders freuen. Ich freue mich wirklich, ist kein Scherz, auf jeden Film und bin dann überrascht, wenn er schlecht ist und bin noch mehr angenehm überrascht, wenn er gut ist. Aber direkt auf einen speziellen Film gibt es nicht. Nee. Nee, wir sind bei euch ja mal. Hier, fang mal. Fällt dir dazu was ein? Auf den zweiten Teil freue ich mich. S? Ja, S, der zweite Teil, genau. Dann natürlich Avengers, Infinity War, der zweite Teil, Endgame. Wer? Endgame. Achso. Juhu, endlich geht's hoch. Ich kenne nur Endgeld, aber gut, ja. Dumbo, Tim Burton, endlich im Kino, haben wir lange drauf gewartet. Ja. Und Once Upon a Time in Hollywood, der neue Quentin Tarantino mit meiner Margot Robbie als Sharon Tate. Ja. Ja, und ich ergänze mal noch Min in Black 4 mit komplett neuem Personal. Wird auch vielleicht ganz interessant. Aber ich freue mich allgemein aufs ganze Jahr, auf jeden einzelnen Film und hoffentlich werden wir so oft wieder beglückt wie in den letzten Monaten, wo es wirklich richtig tolle, gute Filme gab und bemerkenswert tolle, gute Filme von und über Frauen. Die sind endlich wirklich stark und das ist toll, oder? Ja, auf jeden Fall. Und wir wollen natürlich von euch wissen, welche Filme freut ihr euch denn? Schreibt es in die Kommentare rein. Dieses Jahr, was alles startet, man weiß natürlich nicht, wie sie Filme werden, aber man kann sich ja trotzdem schon mal ein bisschen auf was freuen. Ich bin auch gespannt. Ihr habt ja vielleicht gelesen, was dieses Jahr so alles anläuft. Habt ihr irgendeinen Favoriten? Rauf auf den Kommentar. Interessiert uns sehr. In dem Sinne, macht's gut.